Mein Schatz! Mein Schatz! Alles nur, weil Ehemänner wie dieser Sulemann ihren Frauen und ich das kleinste Bisschen außereheliches Vergnügen habe. Das kleinste Bisschen? Ich packte meine Krummsäbel und wollte meine Frau mitsamt ihrem Liebhaber töten. Leider wurde mir ein wenig schwächlich um die Brust. Naja, wie auch immer, auf in den Palast! Achso, und euch einen guten Appetit! Alles ist Wunder an dir, Wunder, ja! Dein Haar gleich an der Haar! Hotze-hee! 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 Hotze-brrrr! Wetter absteigen! Ey, wisst ihr was? Ich schnapp jetzt den Schatz und dann nix mir drauf! Ach, diese Migranen! Hier, schön versagt! Wo haben wir denn da? Aladin! Hi! 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 Oh, Tagast! Nein! Mann, Gene, das war aber letzte Sekunde, ich hab da oben festgehangen! Mir fehlt's nicht ein Hörselgäste, boah, erworten. Ich kann mit Träuse in der Dach, wenn ich weiß. Mehrere Wochen durch die brütende Hitze. Und dann... Frau Bonny! ...hätte ihre Affäre zutiefst bedauert. Bonny! Bonny! Deine Worte, Fremder, sind in meinen Ohren wie Fliegen gesungen. Da, 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 da da, da... Untertitelung. BR 2018